Musik Herzlich willkommen beim neuen Führrechtag. Heute darf ich euch einen ganz besonderen Gast vorstellen, nämlich ServusTV-Intendant Dr. Ferdinand Ekscheider. Hallo. Freut mich. Vielen, vielen Dank, dass du dazu gesagt hast. Für mich eine große Ehre. Mich freut's. Ich komme ja nur zu den ganz großen Fernseheranstalten. Zu den ganz großen? Fernseheranstalten, ja. Was war dann der Grund, warum du dann zu mir gekommen bist? Ja, eben. Eine liebe gemeinsame Freundin, die hat mich darauf angesprochen. Und ich habe allein aus Verbundenheit schon zusagen müssen. Und ich habe gesagt, wenn es sich mal ausgeht und ich es mit einem Wienbesuch verbinden kann, ich komme aus der Provinz, dann sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und die Zuseher sicherlich auch. Wie hat deine Fernseh- oder deine Karriere als Journalist eigentlich begonnen? War das dein Traum? Wolltest du das schon immer machen? Ein bisschen was, was eine Traumkarriere auf den zweiten Blick. Ich wollte eigentlich zur Schulzeit Schauspieler werden. Ah. Und mein Herr Papa hat das sehr geschickt abgebogen, indem er nicht gesagt hat, das kommt nicht in Frage, weil das ist nicht so in der Pubertät wahrscheinlich... Brotloser Job sagt man, ne? Damals. Ich habe nach dem Krieg so gern studiert, das war nicht möglich, weil sich die Eltern das nicht leisten konnten. Wir machen einen Deal. Du suchst dir ein Studium deiner Wahl aus, kürzt es möglich, das finanziere ich dir. Und wenn es wirklich dein Traum ist, Schauspieler zu werden, dann machst du das nach dem paar Jahren Studium immer noch. Ah. Und ich glaube, sein Kalkül ist aufgegangen. Denn ich war dann nach diesen viereinhalb Jahren JUS-Studium halt einfach um das ein bisschen mehr verwurzelt in Salzburg und habe auch schon meine spätere Frau kennengelernt gehabt. Und dann habe ich das Gerichtsjahr noch angehängt und habe dann während des Gerichtsjahres beim ORF begonnen als freier Mitarbeiter und Gerichtsreporter. Und so ist dann eigentlich auf zweitem Weg meine Liebe zum Journalismus entstanden. Und ich habe dann einen der bekannten Hollywood-Filme über Reporter-Dasein mit Robert Redford, Michelle Pfeiffer. Oh ja, sehr guter Film. Eines Tages habe ich dann, glaube ich, schon zum zweiten Rippen gesehen und habe gedacht, das ist eigentlich der Traumberuf, den hast du ja. Und habe dann wirklich gemerkt, dass der Journalismus zumindest so ein Traumberuf für mich war als die Schauspielerei. Und über Umwege und ganz kleine Rollen darf ich jetzt ein bisschen auch wieder schauspielen. Kommt sehr gut an. Vielen Dank. Ich bin ein großer Anhänger von Servus TV. Ich sehe es wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe gewusst, du hast Geschmack. Und jetzt immer wieder wirklich gute Sendungen, gutes Publikum und ihr hinterfragt so ein bisschen. Und das ist doch schon meine nächste Frage. Wo holst du dir deine Themen? Weil man sagt dir ja nach, du verbreitest Verschwörungstheorien, die sich ja dann leider doch so entwickeln, dass sie keine Verschwörungstheorien sind. Ja, ja, eine nach der anderen in der Realität. Genau. Wie holst du dir das oder woher, wo informierst du dich da? Ich glaube, als mündiger Bürger informiert man sich ja ohnehin. Da braucht man ja gar kein Journalist sein. Und für einen Journalisten, dessen täglich Brot ja die Information fast rund um die Uhr ist, da gehen einem die Themen nicht aus in den jüngsten zwei, drei Jahren schon gar nicht mehr. Also ich habe den Wochenkommentar schon bei meinem ehemaligen Regionalfernsehen, das wir 1995 gegründet haben, als es noch verboten war, Salzburg TV. Genau, ja. Anfang der 2000er begonnen. Das war damals verboten? Ja, also 1995 war Privatfernsehen noch verboten, als wir begonnen haben. Wir haben dann im Kabel gestartet. Parallel dazu war damals eine Verfassungsgerichtshofbeschwerde von sechs kleinen Kabelbetreibern aus der Steiermark. Die haben in ihren eigenen Kabelnetzen damals schon so ursprünglich Standbilder mit Musik unterlegt gespielt und das Intervall der Standbilder ist immer kürzer geworden. Und sie haben sich damals regelmäßig mit Anzeigen konfrontiert, der Funküberwachung. Und diese sechs haben sich dann zusammengetan und haben gesagt, sie lassen sich das nicht mehr gefallen. Das sind ihre eigenen Kabelnetze und es kann doch nicht im Sinne der Verfassung sein, dass man in eigenen Kabelnetzen, nicht auf einem eigenen Kanal Musik mit Bildern geschweige denn überhaupt ein Programm spielen kann. Und ich glaube, damals drei Wochen nach unserem Sendestart hat der Verfassungsgerichtshof dann entschieden, also zumindest in den Kabelnetzen einmal ist das österreichische Rundfunkmonopol nicht aufrecht zu erhalten. Die Regierung muss das Gesetz sanieren. Das war also unser erster ganz kleiner Etappensieg. Und wir haben in Salzburg eben im September 1995 begonnen, in den Kabelnetzen unser Programm auszustrahlen. Das war am Anfang nur ein einstündiges Wochenprogramm. Wir haben dann auch Besuch bekommen von der Funküberwachung, aber da ist nicht mehr viel passiert. Okay. Und wir haben aber am Anfang unterschätzt, dass die Stadt Salzburg die am schlechtesten verkabelte Landeshauptstadt Österreichs war. Weil man in Salzburg eigentlich traditionell schon Jahrzehnte vorher hat man mit der einfachen Hausantenne fünf Programme empfangen können. Die zwei Österreicher damals, UF 1 und 2 und die drei Deutschen hat es geheißen. Das war ARD, ZDF und der Bayerische Rundfunk. Und deswegen hat es in Salzburg extrem lang gedauert und dann kamen die Satellitenschüssel dazu. Jetzt haben sich in der Stadt, im Zentralraum extrem wenig Haushalte verkabeln lassen. Und wir waren mit knapp zehn Prozent Kabelteilnehmern natürlich katastrophal unterversorgt. Förderungen gab es keine. Wir mussten zu 100 Prozent von Werbung leben. Und wenn nur knapp zehn Prozent das Programm sehen können, ist das natürlich sehr schwierig. Und wir haben dann nach zwei, drei Jahren eine Unterschriftenaktion Freiheit für Privat-TV gestartet. Und mit den ersten 30.000 Unterschriften sind wir dann im Jahr 2000 unangekündigt nach Wien gefahren und haben nach dem Ministerrat diese 30.000 Unterschriften dem damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel überreicht. Ah, Schüssel. Er ist ein Stammgast von mir. Und haben ihm gesagt, wir können jetzt nicht mehr warten. Wir haben jetzt fast fünf Jahre nur im Kabel gesendet. Das ist nicht überlebensfähig. Wir haben parallel dazu jetzt einen Sender errichten lassen und der geht demnächst in Betrieb. Und der Wolfgang Schüssel hat damals gesagt, ich kann euch als Bundeskanzler nicht in die Kamera sagen, mehr oder weniger zum Gesetzesbruch aufrufen, weil damals war ja noch verboten. Aber so off-records, er hat gesagt, fangt einfach an. Es wird nichts passieren. Und wir haben dann am Nationalfeiertag des Jahres 2000, am Vorabend, haben wir 10.000 Flugblätter verteilt in der Stadt Salzburg und haben am Nationalfeiertag zu senden begonnen. Mit dem Ergebnis, das Feedback war enorm, aber am nächsten Tag ist die Funküberwachung bei uns gewesen und hat gesagt, sie wollen den Sender jetzt zudrehen. Wir haben es dann mit einem typisch österreichischen Trick noch übers Wochenende darüber gerettet. Aber am Montagfrüh war Schluss. Da hat die Funküberwachung dann den Sender abgedreht, plombiert und ein Strafverfahren gegen mich eröffnet. Und dann? Dann sind wir, das war am Untersberg, der Sender war am Untersberg, mit der Seilbahn wieder runtergefahren und zu meinem Kompagnon gesagt, wir können nicht ins Tal fahren und einfach wieder nur im Kabel senden und zur Tagesordnung übergehen, wir müssen uns etwas einfallen lassen. Und als wir in die Talstation reingeschwebt sind mit der Gondel, habe ich gesagt, ich habe es, wir machen einen Hungerstreik. Und er hat mir auch gesagt, du spinnst komplett. Und wir machen einen Hungerstreik, das war nicht möglich, weil so viele Leute waren wir dabei noch nicht, aber ich habe gesagt, ich fange einmal an. Und ich habe dann einen Hungerstreik begonnen und der hat dann wohl auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es ein halbes Jahr später dann ein Privatfernsehgesetz, also zunächst das… Großartig. Am Anfang war ja das Kabel- und Satellitenrundfunkgesetz und dann gab es ein Privatfernsehgesetz. Großartig. Wahnsinn. Wer weiß, ob das überhaupt zustande gekommen wäre, ne? Ja, ich glaube, wir konnten halt ein bisschen einen Beitrag dazu leisten, weil der Hungerstreik war der Politik sichtlich unangenehm, das hat man schon gemerkt. 2007 hat Red Bull zunächst 95 Prozent von Salzburg TV übernommen und ich war dann noch ein knappes, knapp eineinhalb Jahre dabei und habe aber dann mich verabschiedet zunächst. Ja. Weil es sind so viele gescheite Leute gekommen. Zunächst ehemalige ORF-Kollegen und dann noch viel gescheitere aus Deutschland. Die haben ja das Fernsehen ohnehin erfunden, was viele nicht wissen. Ja, und ich habe dann irgendwie, ich war ein bisschen ausgebrannt, glaube ich, auch noch mehr als zwölf Jahren Privatfernsehen und habe dann andere Projekte gehabt und bin erst 2014 zu ServusTV wieder zurück, um so zu sagen. Bis heute? Ja. Was hat dich da am meisten geprägt? Am meisten geprägt, also ich empfinde es als großes Glück und als Privileg, bei ServusTV einen Eigentümer zu haben mit dem Dietrich Mateschitz, der einem so ein tolles Projekt überhaupt ermöglicht. Denn professionelles Fernsehen ist halt einmal die teuerste Mediengattung, problematisch in einem so kleinen Land wie Österreich. Ja. Und dann einen Eigentümer zu haben, der einen absolut hohen Qualitätsanspruch hat und einen dieses Projekt verwirklichen und leben lässt, das ist eigentlich ein journalistischer Traum. Schön, ja. Das ist wirklich so das Sahnehäubchen auf eine journalistische und auf eine Fernsehkarriere in Österreich. Der Wegscheiter, wie lange gibt es das schon? Also den Wochenkommentar gab es, wie gesagt, bei Salzburg TV schon. Aber so in dem Format, so wie es jetzt sozusagen. In dem Format, also das hat, wir haben uns ja dann, wie gesagt, 2007 kennengelernt, der Herr Mateschitz und ich und Ihnen hat der Kommentar damals schon gut gefallen und er hat eigentlich damals schon gesagt, der Name Wegscheiter ist ja eigentlich ideal für einen Kommentar. Und wie gesagt, ich bin ja dann weggenommen 2008 und als ich wieder hin bin, 2014, zunächst einfach mit der Intention, ServusTV braucht Nachrichten. Und das gab es bis 2014 nicht wirklich. Da gab es nur eben zehn Minuten von Montag bis Freitag, kurze News. Und ich wollte einfach, dass es wirkliche Nachrichten gibt, 24-7, rund um die Uhr und wirklich sieben Tage die Woche. Da hat der Herr Mateschitz gesagt, den Kommentar möchte er wieder haben. Und dann ist das eigentlich sehr schnell wieder aufgegriffen worden. Zum einen der Name, der Wegscheiter. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Und zum anderen eben das alte Ego, der Till. Der Herr Mateschitz hat eben auch damals schon gesagt, ohne das respektierlich zu meinen, er hat gesagt, das, was du machst, ist eigentlich, war im Mittelalter so der Hofnarr. Das war der Einzige, der in Anwesenheit des Königs die Wahrheit sagen durfte, ohne geköpft zu werden. Das ist ein guter Vergleich, ja. Und so ist dann der Till entstanden und so ist das Format in der derzeitigen Ausprägung entstanden. Und hat dann beim Start unserer Vorabendschiene unter Nachrichten 2015, haben wir dann den Wegscheiter auch aus der Taufe gehoben. Sehr cool, sehr cool. Wo entspannst du dich? Oder wo kannst du sagen, da ziehe ich mich zurück, da komme ich wirklich runter? Ich überlege jetzt deshalb ein bisschen, weil in den vergangenen zwei Jahren war das mit der Entspannung schwierig. Weil sich eigentlich durch diese Corona-Thematik, gerade was den Kommentar betrifft. Das war ja eben seit 2015 eigentlich so ein Doppeljob, der Kommentar und die Leitung des Senders. Und durch die Corona-Geschichte nimmt der Kommentar jetzt von meiner Arbeitszeit her immer mehr Raum ein. Es ist ja auf der einen Seite sehr positiv, dass die Zuschriften, Mails, SMS und, 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 seither massiv angestiegen sind. Aber es ist wirklich so, dass es fast rund um die Uhr geht und ich auch am Wochenende dutzende Mails bekomme. Und man kann sich ja auf der einen Seite auch nicht leisten, diverse Links, Filme etc. sich nicht anzuschauen, aber es ist schon fast nicht mehr zu bewältigen. Und eins ist ganz lustig, ich werde immer wieder nach wie vor darauf angesprochen, wie groß denn die Redaktion sei, die den Wegscheiter schreibt. Und ich sage dann eben, nach wie vor nur einer. Und beantworten tust du auch alles selber, oder hast du da schon ein bisschen hin? Das schaffe ich nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach wirklich, wenn man täglich dutzende Mails kriegt, ich schaffe es nicht mehr. Ich habe mich ab und zu von Zeit zu Zeit auch pauschal entschuldigt, dass ich nicht jedes Mail mehr persönlich beantworten kann. Das geht einfach nicht mehr. Und deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, ist es mit der Entspannung jetzt nicht mehr so weit her gewesen. Aber im Wesentlichen ist es ein bisschen Sport. Ich gehe im Winter ganz gern mit den Fellen, mit den Schienen den Berg hinauf. Ah, schön, ja. Und im Sommer halt auch ein bisschen Mountainbiken. Wohnst du in Österreich? Ja, ja, ich wohne im Großraum Salzburg. Ah, okay. Ja, das mit dem Beantworten, also sogar so ein kleiner Kanal wie ich, aber sogar ich kriege schon sehr, sehr viele Mails, wo ich mir dann denke, oh, neben dem Restaurantbetrieb, weil ich betreibe auch noch das Restaurant nebenbei, ist es auch ein bisschen schwierig. Noch geht es, aber ja, es wird schon Grenze. Hast du noch irgendeine bestimmte Vision, die du gerne verwirklichen möchtest beim Sender? Also, die Vision, dass es mehr oder weniger mit dem Sender so weitergeht, seit 2016, seit ich ihn leiten darf, ich habe übernommen mit knapp 1,5 Prozent Jahresreichweite. Das war so jahrelang eine Seitwärtsbewegung und seither geht es Gott sei Dank aufwärts. Wir legen Monat für Monat und Jahr für Jahr zu und das ist natürlich auch wieder ein Geschenk und ein Privileg, dass man, wenn man überzeugt ist von dem Weg und von dem Programm, mehr oder weniger auch als Feedback, als Dankeschön des Publikums ständig steigende Marktanteile einfahren darf. Wobei es ja auch bei Seros TV so ist, dass wir ja nicht angetreten sind, Quote um jeden Preis zu machen, aber ich nenne es halt Quote mit Qualität machen zu dürfen, das ist wirklich ein Privileg. Wie groß ist dein Team? Wir sind mittlerweile, nachdem wir ja im vergangenen Jahr auch noch einige große Sportrechte dazubekommen haben, sind ja doch schon über 300 Mitarbeiter. Das zu leiten? Ist durchaus eine Aufgabe. Eine Herausforderung, ja. Sucht ihr auch noch Leute? Habt ihr auch Probleme mit Personal? Immer. Also zunächst muss man sagen, wir sind ja der einzige nationale oder eigentlich internationale, weil das Programm ja auch in Deutschland und der Schweiz zu sehen ist. Ein Fernsehsender in Österreich, der nicht in Wien sitzt, durchaus auch ein bewusstes Bekenntnis auch unseres Eigentümers, macht es in der Personalsuche nicht immer leichter. Doch. Weil, wenn man jetzt nicht nur ganz junge Journalisten sucht… Die müssen dort dann schon ansässig werden. Die tun sich da ja noch leichter. Aber wenn du heute auch versiertere Journalisten suchst, die schon 20 Jahre im Geschäft sind, die sind halt auch meistens mit Familie und schon sesshaft in Wien. Die müssen dann übersiedeln. Da ist es durchaus schwieriger, dass man so jemand sagt, bricht die Zelte ab und komm nach Salzburg. Und bei Salzburg ist das schon sehr schön, oder? Auch bei Salzburg ist es wieder so, dass ich empfinde es als unglaubliches Glück und Privileg, in Salzburg arbeiten und wohnen zu dürfen. Das verstehe ich. Das hat eine Lebensqualität, das ist unglaublich. Finde ich auch, ja. Rundherum die Berge auch so, das ist sehr schön. Und es ist wirklich so, dass man eigentlich im Winter in einer halben Stunde auf der Piste oder im Schnee sein kann. Und trotzdem in der Stadt ist quasi. Und im Sommer in einer halben Stunde im See schwimmen kann. Ja, schön. Und in der Stadt ist, die durchaus auch ein tolles Kulturangebot hat. Auch eine Freude, dass wir eben, als ich angetreten bin als Senderchef, waren wir heute bei den österreichischen nationalen Sendern das Schlusslicht. Und mittlerweile sind wir hinter dem ORF Erster, sprich also der stärkste Private seit zwei Jahren. Und macht natürlich auch große Freude. Kann man stolz darauf sein, oder? Schon, ja. Wobei das nun auch ist. Es ist ja immer eine unglaubliche Teamleistung. Und es ist schon eine große Freude, ein derartig ambitioniertes Team zu haben. Wir haben einen unglaublich tollen Spirit. Ein bekannter Regisseur, der jahrzehntelang beim ORF war, ist ja auch bei uns tätig. Und mich hat es enorm gefreut, dass er, als er zu uns gekommen ist, gesagt hat, so einen Spirit, so eine Stimmung, so viel Positives in der Mannschaft hat er noch nie erlebt. Und das ist wirklich auch das ein Privileg, gerade heutzutage. Ich bin ein großer Anhänger auch vom Fleischhacker, glaube ich, ist der… Michael Fleischhacker, ja. Michael Fleischhacker, ja. Der macht das, finde ich, auch großartig, seine Sendungen. Absolut. Sehr gut. Also da sehr, sehr gut geführt, ja, gefällt mir sehr gut. Ihr seid ja quasi auch unparteiisch, oder? Überparteilich, ja. Ich glaube, es ist gerade in Zeiten wie diesen notwendig, dass man Meinungen von allen Seiten zur Sprache kommen lässt. Es ist ja eigentlich ganz schlimm, dass man selbst auf den Unis, die Universitäten waren früher so der Hort der Diskussion und des Meinungsaustausches. Und ich finde es furchtbar zu lesen und zu hören, dass auf den Unis die Ausgrenzung Andersdenkender und anderer Meinungen schon beginnt. Und das setzt sich in vielen Bereichen im Journalismus fort. Das finde ich eine ganz schlimme Entwicklung, auch für die Demokratie, dass man immer weniger diskutiert und dass eine Gruppe glaubt, wir sind die Guten. Unsere Meinung ist die, die der Wahrheit entspricht. Und mit anderen Meinungen wollen wir gar nicht mehr diskutieren. Also da bin ich einfach… Und Sie als Schwurbler oder sonst irgendetwas zu benennen haben. Also jetzt in der Corona-Pandemie ist man ja gleich ein Schwurbler, ein Spinner, ein Verschwörungstheoretiker genannt und diffamiert worden, wenn man eine andere Meinung vertritt. Aber es beschränkt sich ja nicht nur auf das Thema Corona, sondern in fast jedem Bereich ist es eigentlich so, dass es nur mehr eine Mainstream-Meinung zu geben hat. Und eigentlich diese journalistische Tugend und Grundvoraussetzung, dass man als Journalist eigentlich alles hinterfreckt und alles in Frage stellt und deswegen recherchiert, die interessiert offensichtlich viele nicht mehr. Ich glaube, dass es immer wichtiger ist, dass man Anführungszeichen Haltung zeigt, aber nicht im positiven Sinne Haltung zeigt, sondern eben einer Einheitsmeinung angehört. Und jeder, der nicht angehört, ist eben ein Querdenker und Spinner. Wobei es sich aber schon in die andere Richtung bewegt, Gott sei Dank. Immer mehr. In manchen Bereichen ja, aber ich glaube, dass die Vertreter des Mainstreams haben das noch nicht wirklich bemerkt, dass in der Bevölkerung sich eigentlich unglaublich viel tut. Man hat ja viele Jahre lang den Politikern vorgeworfen, durchaus zu Recht vorgeworfen, dass sie in ihren Elfenbeinen oder anderen Türmen sitzen, abgehoben sind und nicht mehr mitbekommen, was die Bevölkerung, für die sie eigentlich da sein sollten, fühlt, denkt, redet. Ich glaube, sagen zu können, dass es mittlerweile bei vielen Journalisten und bei vielen Medien ähnlich ist. Wenn ich mir die Twitter-Blase, auch die Wiener Twitter-Blase, ab und zu so anschaue, habe ich den Eindruck, das ist eben eine Blase, wo eine Branche sich selbst beweihräuchert und feiert. Und nicht mehr mitbekommt, dass die Bevölkerung draußen ganz woanders ist. Also die Leute, für die sie vorgeben zu schreiben und zu berichten, zu denen haben sie offensichtlich entweder keinen Kontakt mehr oder spüren auf jeden Fall nicht mehr, was die Leute reden und spüren. Aber es wird sicherlich einige Journalisten geben, die eben auch die Hintergründe entdecken, sagen wir mal so. Wird das dann entschieden, dass das dann nicht ausgestrahlt werden darf oder veröffentlicht werden darf? Also es gibt ja mittlerweile ein, zwei Plattformen, auch von Journalisten, von öffentlich-rechtlichen Wohnfunkanstalten, wo, und das ist ja schlimm genug, offensichtlich immer mehr Mitarbeiter dieser öffentlich-rechtlichen Anstalten anonym, deswegen meine ich schlimm genug, sich dort nur anonym äußern können. Weil sie eben sagen, es gibt derartigen Druck, dass wenn sie mit ihrem Namen dort auftreten würden, es eben zu Repressalien kommen würde oder man überhaupt verabschiedet würde. Aber das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, ich meine, und das in Österreich eigentlich, wenn ich sage, das ist in irgendeinem kommunistischen Land, würde ich sagen ja, aber und das in Österreich eigentlich. Ja, also ich kann es aus eigener Wahrnehmung sagen, dass ehemalige ORF-Kollegen von mir mir auch regelmäßig schreiben, dass es teilweise unerträglich ist, aber dass sie halt immer Familie hat, etc. sich nicht öffentlich bekennen wollen oder das kritisieren wollen. Oder wie es auch bei manchen Ärzten ist, die die Praxis voll haben von Menschen, die halt die Impfung jetzt zum Beispiel nicht vertragen oder irgendwelche, egal was auch immer, ja, die auch nichts sagen können. Das habe ich in der Corona-Zeit auch sehr stark wahrgenommen. Zunächst waren es einige, einige Dutzend vielleicht Ärzte, die mir geschrieben haben, die sich bedankt haben für die Kommentare und für die Berichterstattung. Und jetzt werden es mehr, immer mehr. Auch das ist eine extrem bedenkliche Entwicklung. Und was ich mir immer frage, ist, dass eben so viele Journalisten bei den sogenannten Mainstream-Medien, die hunderte und tausende Ärzte auch als Spinner und als Quacksalper diffamieren. Und dass man da nicht innehält und zum Nachdenken kommt und sagt, es kann doch nicht sein, dass man sagt, die die Regierungslinie und die Linie der Farmerindustrie und von wem auch immer offiziell vertreten und über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Mainstream-Medien verbreiten, das sind die Guten, das sind die, die die Wahrheit gepachtet haben. Und die anderen, aber da rede ich eben nicht jetzt irgendwelche Durchschnittsbürger, die anderen Ärzte, Wissenschaftler, Forscher sind offenbar über Nacht verblödet vom Nobelpreisträger abwärts und verkünden und Blödsinn und Unwissenschaftliches. Dass man da nicht nachdenkt und in sich geht, das verstehe ich bis heute nicht. Ich habe ja hier in Wien sehr viele Demonstrationen mitbekommen, weil ich bin nicht auch, ich wohne im Ersten, ich arbeite im Ersten. Und da hat jemand auch geheißen, ja, und da sind nur lauter, ich weiß nicht, das waren Garnt, das waren Lehrer, das waren Polizisten, das waren Ärzte, das waren, da war alles dabei. Die man, die man, die man, die man Wochen und Monate lang nicht nur als Spinner diffamiert hat, sondern auch als Rechtsextreme, als Gefährder, als gefährliche Staatsfeinde und, und, und. Wie werden wir ausschauen im Herbst? Wie wird es weitergehen? Wird wieder was kommen? Ich fürchte, ja. Die Frage ist ja offen gestellt, wird wieder was kommen? Ja, es wird was kommen. Ich gehe nicht davon aus, dass eine wirkliche gesundheitliche Bedrohung kommen wird, aber ich glaube, dass die Leute, die uns zwei Jahre lang den Wahnsinn von Lockdowns bis zur Impfpflicht beschert haben, noch nicht aufgegeben haben. Und es gibt verschiedene Ideen oder Theorien, dass entweder eine neue Variante kommen wird oder ein noch gefährlicheres Virus kommen wird, aber dass man jedenfalls von den Plänen, die Impfpflicht weiterzuführen oder wirklich zu intensivieren, nicht abweicht, von diesem Milliardengeschäft nicht abweichen will und nicht loslassen will und was immer da noch an Motiven dahinter steckt. Das heißt, die Impfpflicht, die sozusagen jetzt momentan pausiert wurde, die wird wahrscheinlich dann wieder aktiviert werden? Also Juristen und Mediziner sagen ja einwandfrei, dass es keinerlei Berechtigung für so ein Impfgesetz geben würde. Die Tatsache, dass dieses Push-Gesetz nicht wieder zu Grabe getragen wurde, sondern nur ausgesetzt wurde, ist für mich schon ein Hinweis, dass da einige Herrschaften einfach noch nicht aufgegeben haben, dass eine Bioethik-Kommission und dass die Vertreter einer Impfkommission wirklich im Stande sind, auch noch eine Empfehlung für die Impfung von Kindern auszusprechen, halte ich für unfassbar. Ja, und parallel dazu versucht man natürlich auch Menschen, die das in der Öffentlichkeit sagen, mit verschiedenen Mitteln zum Schweigen zu bringen und mundtot zu machen. Das ist ja nahezu grotesk, dass man ein Verfahren, auf Verlangen eines Presseclubs ein Verfahren führt gegen meine Sendung, wo es um einen Kommentar geht, der als solcher gekennzeichnet ist, ein satirischer Kommentar, wo wirklich, wenn man so will, meine ich nicht despektierlich, aber der letzte Depp merkt, es ist eine Satire und es ist eine persönliche Meinung. Und dass man das in Verbindung stellt mit einem Paragrafen des AMD-Gesetzes, wo es um objektive Berichterstattung geht, das kann man bei Nachrichten ansetzen und soll man ansetzen, aber sicher nicht bei einem Kommentar, denn wenn das bei einem Kommentar anzuwenden wäre und bei Satire anzuwenden wäre, dann sind wir definitiv bei der Zensur. Ja, ja. Das kann nicht durchgehen. Das könnte, wenn es wirklich um das Recht geht und um die Vollziehung des Rechts und der Rechtsordnung, könnte das nicht durchgehen. Unglaublich. Unglaublich. Interessant wäre es zu wissen, wie lange der ORF noch überleben würde ohne GIS. In dieser Form gar nicht mehr. Ja. Wobei ich dazu sagen möchte, ich habe ja, nachdem ich vom ORF weggegangen bin und fünf Jahre später dann eigentlich durch einen Zufall unseren Privatsender gegründet habe und betrieben habe und diverse Missbrauchsaktionen immer wieder aufgezeigt habe und das hat dazu geführt, dass viele Menschen auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, der furchtbare ORF, der furchtbare ORF und kehrt weg, etc. Ich bin keiner, ich habe Journalismus beim Öffentlich-Rechtlichen gelernt und damals gut und fundiert gelernt und ich bin kein grundsätzlicher Gegner des Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, dass wir in dieser Diskussion vor allem deswegen stecken, weil der ORF mit der Einnahme der Gebühren, der Pflichtgebühren, das ist so eine ständig wachsende, ich würde jetzt sagen Geldvernichtungsmaschine, eine ständig wachsende Einnahmequelle zusätzlich zu Werbeeinnahmen, die über weite Strecken nicht mehr für öffentlich-rechtliche Inhalte verwendet wird. Und wogegen ich immer aufgetreten bin, war der Missbrauch dieses öffentlich-rechtlichen Status, ursprünglich des Monopols und jetzt auch, wenn man sich anschaut, dass der ORF vier Fernsehsender betreibt. Als ich beim ORF war, waren es zwei und da hat es immer geheißen, der ORF braucht Gebühren und Werbung, ohne nennenswerte Einschränkung, weil Fernsehen sehr teuer sei und weil Österreich so ein kleines Land ist. Wie kann es dann sein, dass man statt zwei zunächst drei und jetzt vier Fernsehketten betreibt? Aus meiner Sicht, weil der ORF Markt Verstopfung betreibt und weil man ausgehend vom zusammenbrechenden Monopol gesagt hat, okay, wenn wir schon das Monopol nicht mehr haben, dann schauen wir, dass wir der Platzhirsch bleiben mit allen Mitteln und dann verstopfen wir einfach auch, was Sendefrequenzen betrifft und Fernsehkanäle. Und ich glaube einfach, dass ein kleines Land wie Österreich keine vier öffentlich-rechtlichen Sender braucht und dass ein kleines Land nicht einen Sender braucht, der peinlich genug den Großteil der Erfolgsformate von ServusTV kopiert und mit anderen Namen auf Sendung bringt und mit Gebühren finanziert. Das ist nie es braucht. Vor allem, wie die Gebühren eingefordert werden, weil wenn ich jetzt zum Beispiel als Überzeugung keinen ORF sehe, ich meine, ich schaue so sonst im Fernsehen, ja, und dann noch GIS bezahlen müsste auf den Verdacht, dass ich es ja schauen könnte, da kommt ja für mich der Vergleich, wie wenn ich neben der Autobahn wohne und ich muss mir einen Autobahn-Pickerl kaufen, weil ich könnte ja die Autobahn verwenden. Das ist ja, da muss es ja ein anderes System geben eigentlich, dann macht es euch einen Code, ja, wo sich die Leute halt, die halt quasi da jetzt Mitglied sind, sich einloggen können oder ORF schauen können, aber man kann doch jetzt nicht einfach, weil jemand einen Fernseher oder einen Bildschirm im Haushalt hat, dazu nötigen, die GIS-Gebühr zu bezahlen. Ja, und ich denke vor allem, dass es eben auch immer eine Frage des Angebots und der Motivation ist. Ein öffentlich-rechtlicher Sender, der den Staatsbürgern ein Angebot bietet, wo die merken, okay, das kriege ich nur dort, der wird wahrscheinlich keine Pflicht- oder Zwangsgebühren brauchen, sondern da wird es große Zustimmung geben. In Österreich, auch in anderen Ländern, aber in Österreich gibt es eben keine so große Zustimmung, sondern extrem viel Kritik. Und allein, wenn wir das Beispiel eben der vergangenen beiden Jahre nehmen mit der Corona-Berichterstattung, wo man hunderttausende Menschen ausgrenzt, diffamiert, beschimpft, von denen aber Zwangsgebühren kassiert, dann ist das für mich kein Beispiel, wie man Leute motiviert, dass sie ihre Gebühren zahlen und dass sie gern ORF schauen, sondern ein Vertreibungsprogramm. Ja, das ist irgendwie wie bei der Kirche, oder? Bei der Kirchensteuer ist das, glaube ich, ähnlich gewesen. Wenn die dann anfangen, plötzlich irgendwelche Unsummen zu verlangen, dann treten die Leute auch aus. Wenn ein Eintritt verlangt wird, dann soll der, der in die Kirche gehen möchte, einen Eintritt zahlen, ist ja auch nicht schlecht. Zum Beispiel. Mit dem großen Unterschied, dass man eben aus der Kirche austreten kann, wenn man will. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Tja, gerne. Ich wünsche noch ganz, ganz viele, viele schöne Sendungen. Ich folge es wirklich mit. Es ist immer sehr amüsant für mich. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja wieder einmal. Gerne. Das hat mich gefreut. Hat mich gefreut. Jetzt werden wir unten eine gute Sache essen, oder? Jetzt werden wir ein gutes Essen essen. Hast du Zeit? Überredt. Ja, schon. Schön, schön. Vielen Dank, dass du zugesehen hast. Und ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Und wenn dir mein Kanal gefällt, dann gib mir ein Like und abonniere uns. Und wir freuen uns auf schöne Kommentare und die Klingel nicht vergessen. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.